Wir haben so eine djintelne Schiene und natürlich eine bestimmte Atmosphäre, damit unser Kunde runterfahren kann oder entspannen vom Alltag. Bei uns kommt rein, Tür zu, Dampfer, Zeitreise, bist du in London 1920. Ich habe einen amerikanischen Stuhlbus gekauft, der mit gelb-schwarz. Und jetzt bin ich auch in dem Moment mit der Ausbauphase als Gentleman's Barbershop auf vier Rädern. Die Dachluke war ja undicht, genau da. Und jetzt? Das soll eigentlich so sein, ne? Eigentlich muss es jetzt funktionieren, ne? Ganz ehrlich, ich habe gestern so gesagt, ey, ich habe die Schnauze voll jetzt. Ich verkaufe das Ding. Ganz ehrlich. Aber ich sagte, ne, ne, ne. Moment mal. Also mein Traum ist größer als diese Probleme. Tja, endlich mal. Yeah! Ja!